Ich heiße Vatan Vardanyan und ich arbeite seit 1998 bei der dualen Hochschule und bin als Hausmeister in der dualen Hochschule tätig. Für mich die Hausmeistertätigkeit ist ja auch mal was ganz besonderes, weil tagsüber habe ich sehr viel Kontakt zu Menschen, unseren Mitarbeitern, unsere Studenten. Das ist mein Sozialleben und diese Tätigkeit würde ich ungern für was anderes hergeben. Zu meinen jüngeren Zeiten habe ich in Russland Musik studiert und dann halt, wo ich 18 wurde, wurde ich auch zum Militär gerufen und mit Militär als Musiker kam ich nach Deutschland, um einen Kulturaustausch dann bei dem Projekt teilzunehmen. Und dann kam es so, dass ich auch eine Steigerung möchte und die Steigerung war ja in meinen Augen Malerei. Ich habe hier an der dualen Hochschule in Lörach meine Bilder ausgehängt aus einem bestimmten Grund, weil ich möchte dadurch auch besseren Kontakt zu unseren Studierenden haben, natürlich auch die Mitarbeiter. Und dadurch entsprechen auch sehr warme und persönliche Gespräche und ich merke, dass gerade jetzt am nächsten Tag fühlt man sich ganz anders und studentennah gezogen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.